Das ist das neue Heizungsgesetz, das sozusagen möchte, dass sie 60 Prozent Alternativen heizen sollen. Ich wohne in einer Mietwohnung, in einer WG, deswegen ist das jetzt für mich nicht so relevant bis jetzt. Weil das so wenige Gebäude angeht, also klar, es gibt immer wieder mal Neubau-Siedlungen, aber es fördert nicht wirklich groß diese Energiewende bei. Wir sind zum Beispiel nicht diejenigen, die dann die Solaranlagen auf die Dächer setzen, was wir gut heißen rundherum in unserer Familie natürlich. Ich glaube auch, dass bestimmte Standards eingehalten werden müssen bezüglich Gebäudeheizung. Wenn sie ersetzt werden muss, kann man sich die Alternative leisten. Wie sieht das im konkreten Fall aus, wenn das Haus eben in unserem Pfad aus den 1970er Jahren ist? Ein bisschen Neubau hin. Da wir einfach nur die Mieter sind, nur in Anführungszeichen, warten wir ab, was unsere Vermieterin tut. Nicht nur der kleine Bürger oder die kleine Bürgerin ist da beteiligt, sondern auch das große Unternehmen muss da und auch die Stadtwerke oder so weiter müssen da ihren Beitrag zu leisten.